Dirk würde sagen, so, das haben wir geschafft, jetzt sind wir auf dem Boot, aber ich würde einfach mal sagen, das war einstecken auf 16 Minuten, ich verstehe das überhaupt nicht, dieses Scheißsystem, ich habe den durch den Zoll durch und habe tausendmal nachgefragt, wann mein Boot kommt, wo ich einsteigen muss, aber ja, 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 wurde immer nur genickt und irgendwann habe ich dann gesehen, oh gut, wo kommt der Kummer ist, und jede Menge LKW ist mal runter, aber irgendwie, ja, bin ich dann jetzt ganz kurz zu einem hingegangen und der dann sagt, oh ja, Sie können dann auch noch mitfahren, ja, super, alles klar, ruf, nappe zu und weg, tschüss Marokko, das war's, erster Urlaub vorbei, Trip zurück heute Abend in Spanien, ciao.